Hallo und herzlich willkommen zu Krimi Puzzle und einem neuen Video auf diesem Kanal. Der heutige Fall, den ich euch vorstellen möchte, ist etwas bekannter. Das heißt, einige von euch werden ihn sicherlich kennen, wenn ihr euch schon länger mit True-Crime-Fällen auseinandersetzt. Nachdem ich in der letzten Zeit sehr viele Vermisstenfälle behandelt habe, geht es in dem Fall heute um eine andere Art von Fall. Wir sprechen heute über den Fall Kendrick Johnson, der sich im Jahr 2013 ereignete. Los geht's. Nächstes wieder ein paar Informationen zu der Person, über die wir heute sprechen werden, Kendrick Johnson. Kendrick wurde am 10. Oktober 1995 in Baldosta in Georgia geboren. Im Jahr 2013 war er 17 Jahre alt. Er war das jüngste von vier Kindern. Aktuell, also im Jahr 2013, ging er auf die Lowndes High School, die ebenfalls in Baldosta angesiedelt ist. Er wurde als durchschnittlicher Schüler beschrieben, war aber sehr, sehr gut in Mathematik. Außerdem liebte er Sport, vor allem Basketball, American Football, aber auch Leichtathletik. Er war sehr, sehr gut in allen diesen drei Sportarten und war allgemein sehr athletisch. Ansonsten wurde er als ruhiger Typ beschrieben, aber er war sehr belieb bei seinen Mitschülern. Kommen wir nun zum entscheidenden Tag, in diesem Fall, den 10. Januar 2013. Es war ein ganz normaler Schultag. Das einzig Außergewöhnliche war, dass ein großes Sportevent an diesem Tag stattfand. Ein Footballspiel. Und Kendrick, der ja sehr sportbegeistert war, wollte unbedingt zuschauen. Aber danach kam er nicht nach Hause. Seine Mutter machte sich Sorgen, Kendrick war sonst sehr, sehr zuverlässig und sagte immer, wenn er später kommen würde. Also kontaktierte sie irgendwann die Polizei. Die Polizei versuchte aber nur die Mutter zu beruhigen und sagte ihr, dass Kendrick wahrscheinlich mit Leuten unterwegs ist und dann bald auftauchen würde. Aber die Mutter ließ sich nicht beruhigen. Sie suchte aktiv nach Kendrick, fragte Freunde und Schüler der Highschool, druckte sogar Vermisstenflyer. Aber Kendrick tauchte nicht auf. Am nächsten Morgen, also den 11. Januar 2013, fuhr die Mutter zur Highschool des Sohnes und fragte dort weitere Schüler. Hing Flyer auf, aber sie fand Kendrick auch dort nicht. Und dann gab es eine schreckliche Nachricht für die Mutter. Kendrick wurde gefunden in der Sporthalle. Schüler hatten ihn entdeckt, aber er war bereits tot. Man fand ihn in der Sporthalle zwischen einer großen Sportmatte. Seine weißen Socken schauten heraus und so wurde er entdeckt. Die Matte stand aufrecht stehend an der Wand. Kurz noch eine Information zu den Sportmatten in der Halle. Viele Schüler verwendeten die Sportmatten als Ersatz für Schließfächer. Diese kosteten Geld und das Geld wollten sie viele Schüler sparen. Kendrick teilte sich seine Sportschuhe auch mit einem Freund. Und deswegen versteckten sie die Schuhe zwischen den Matten. Das war ein gängiges Vorgehen an der Highschool. Die Matte, in der Kendrick gefunden wurde, war, wie schon erwähnt, aufgestellt. Man ging davon aus, dass sie die Schuhe herausfischen wollte. Am Boden, also am unteren Ende der Matte, fand man auch einen dieser Sportschuhe. Der andere Schuh des Paares liegt neben der Matte. Also kamen auch die Behörden schnell zu der Vermutung, dass der Teenager in der Matte stecken geblieben ist. Und dann erstickt es, als er die Schuhe herausfischen wollte. Seine eigenen Schuhe, die er anhatte, also nicht seine Sportschuhe, die er holen wollte, steckten aber nicht an seinen Füßen, sondern sie steckten in der Matte mit ihm. Wieso das? Hatte er sie ausgezogen, um besser hineinkriechen zu können? Oder gab es dafür eine andere Erklärung? Das Loch, in der er steckte, also die Sportmatte, war 36 cm breit. Kendrick besaß aber eine Breite von 48 cm. Die Matte ist ungefähr 2 Meter lang und er war zu dem damaligen Zeitpunkt 1,55 Meter groß. Natürlich hätte er sich auch hineinquetschen können und natürlich dadurch seine Körperbreite auch reduzieren können. Der Schuh, der am unteren Ende der Matte gefunden wurde, lag in einer Blutlache. Das wurde so erklärt, dass Kendrick ja kopfüber in der Matte hing. Und irgendwann, nach vielen Stunden, fließt auch Blut aus der Nase und aus anderen Körperöffnungen. Und das erklärt auch das Blut auf dem Boden. Aber auf dem Schuh direkt war kein Blut. Das ist ja komisch. Um den Schuh herum war eine Blutlache, aber auf dem Schuh war kein Blut zu sehen. Des Weiteren fand man in anderen Räumlichkeiten, die an die Sportheile angrenzen, weitere Blutspuren. Diese wurden untersucht, aber konnten nicht Kendricks Blut zugeordnet werden. Die Highschool, Waldoster und auch ihre Sportheile waren sehr stark von Kameras überwacht. Die Kamerabilder wurden noch zum Teil später veröffentlicht. Es gibt einige Kamerabilder, die zeigen, wie Kendrick in der Schule unterwegs war. Und dann auch, wie er später in die Sportheile ging. Man sieht außerdem weiterhin, dass einige andere Schüler zu der Zeit ebenfalls in der Sportheile unterwegs waren. Und hier gibt es einen komischen Zusammenschnitt von vielen Bildern. Und das hat auch später viele Verschwörungstheorien hervorgebracht. Es gibt Bilder, die Kendrick zeigen, und auf einmal verschwindet er dann. Und dann tauchen plötzlich andere Personen, andere Schüler auf. Wichtig ist, dass die Matten nicht im Kamerabblickwinkel zu sehen sind. Sie sind nicht damit abgedeckt. Aber die Frage ist, was ist mit den Kamerabildern passiert? Wieso sind sie so komisch zusammengestellt? Wurde nicht alles veröffentlicht? Wurde etwas weggeschnitten? Was hat das hiermit auf sich? Was ebenfalls später noch als großer Kritikpunkt an den Ermittlungen gesehen wurde, dass der Tatort bzw. der Fundort von Kendrick nicht geschützt worden ist. Er wurde nicht richtig abgesperrt. Und die Ermittler trugen auch keine Sicherheitskleidung, keine Schutzkleidung. Außerdem durften die Eltern ihren Sohn erst nach der Autopsie sehen. Und obwohl man sofort von einem Unfall ausgegangen ist. Das ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich, dieser Vorgang. Es vergehen einige Wochen und anschließend sogar Monate, bis zum 2. Mai 2013. Dann gibt es wieder ein Statement der Behörden. Und zwar sagen sie, dass es keine glaubwürdige Information gibt, dass es sich hierbei nicht um einen Unfall handelt. Und der Fall wird anschließend zu den Akten gelegt. Kendricks Familie vermutet eine Verschwörung. Und glaubt, dass irgendjemand gedeckt wird. Seine Familie will Gerechtigkeit. Und appelliert daran, dass ein Unfall hier überhaupt keinen Sinn macht. Seine Familie zeigt großes Engagement. Geht auch nicht mehr zur Arbeit. Sondern widmet das ganze Leben der Aufklärung des Verstorbenen Sohnes Kendrick. Die Eltern stoßen außerdem eine zweite Autopsie an. Und anschließend wird ein Traum durch stumpfe Gewalt auf der rechten Nackenseite festgestellt. Das wird auch durch eine dritte Autopsie bestätigt. Außerdem fehlen sämtliche Organe. Und Kendrick wurde stattdessen mit Zeitungspapier gefüllt. Und die Organe wurden auch nicht aufbewahrt. Das ist allerdings sehr, sehr seltsam. Weil man ging ja sofort davon aus, dass es ein Unfall war. Und das wird normalerweise nur bei Gewaltverbrechen gemacht. Oder wenn man davon ausgeht, dass es sich hierbei um eines handeln könnte. Wieso unterscheiden sich die Autopsien so sehr voneinander? Und hier kommen wir schon von der Fallbeschreibung zu den offenen Fragen. Frage 1. Wieso kippte er die Matte nicht um? Die Frage kann man sich definitiv stellen. Es wäre sicherlich einfacher gewesen, so an seine Schuhe heranzukommen. Wenn es wirklich so passiert ist, dass er an die Schuhe heran wollte. Auf der anderen Seite wurde auch dann gesagt, dass, wie man ihn gesehen hat in der Matte, hat man mehrere Leute gebraucht oder mehrere Schüler zumindest, um die Matte umzukippen. Es wurde jetzt nicht gesagt, wie alt die Schüler waren, ob es vielleicht jüngere Schüler waren. Und Kendrick war ja eher gut athletisch und kräftig. Ich weiß nicht, ob er es auch alleine geschafft hätte, die Matte umzuschmeißen. Vielleicht hatte er es auch versucht und hat es dann nicht geschafft und ist deswegen hineingekrochen von oben. Man weiß es nicht. Frage 2. Wurden die Kamerabilder bearbeitet und warum schauen sie so komisch aus? Das ist ja eine der Hauptgrundlage für die Verschwörungstheorien, die es hier gibt. Dass die Kamerabilder so seltsam aussehen. Man sieht Kendrick, wie er in der Schule unterwegs ist, wie er in die Sporthalle geht, wie er auch in Richtung der Matten sich wegbewegt. Und dann sieht man plötzlich andere Schüler. Und es gibt keinen Übergang, keinen Zusammenhang. Und natürlich gehen dann viele davon aus, dass die Bilder bearbeitet worden sind, dass gewisse Szenen herausgeschnitten worden sind. Man kann jetzt sagen, gut, aus ermittlungstaktischen Gründen vielleicht, aber dadurch wurden ja die ganzen Spekulationen auch erst angeregt oder verstärkt. Auch bei der Familie natürlich. Und das finde ich schon sehr, sehr seltsam. Wieso veröffentlicht man nicht dann wirklich zusammenhängende Bilder, wo man wirklich sehen kann, wie er geht. Und dann ist erstmal nichts zu sehen und dann kommen vielleicht andere Personen dazu. Aber dieses komische Zusammenschneiden der einzelnen Szenen ist wirklich sehr seltsam. Frage 3. Wieso hat ihn keiner gesehen, als er den Unfall hatte? Wieso hat er nicht gerufen? Das ist natürlich auch eine entscheidende Frage, wenn er wirklich hineingekrabbelt ist in die Matte, um seine Schuhe herauszuholen und dann stecken geblieben ist. Wieso hat er nicht um Hilfe gerufen? Konnte er nicht schreien? War er gar nicht in der Lage dazu? Hat ihn keiner gehört, als er in der Matte gesteckt war? Waren zu diesem Zeitpunkt keine Schüler da? Aber es waren ja anscheinend dauerhaft Schüler in der Sporthalle unterwegs. Hat er sich vielleicht erst geschämt zu rufen, weil es ihm peinlich war, dass er so in der Matte festgesteckt war? Und als es dann zu brenzlig wurde, konnte er nicht mehr schreien? Was glaubt ihr? Frage 4. Warum die verschiedenen Autopsieergebnisse? Am Anfang ging man ja stark von einem Unfall aus. Zumindest sagten das die Behörden. Das kam auch bei der ersten Autopsie heraus. Aber dann bei der zweiten Autopsie, die von den Eltern angeregt worden ist, als auch bei der dritten wurde das ganz anders dargestellt. Dass er eben doch durch stumpfe Gewalt gestorben ist. Und das ist schon schwierig oder ich finde es schon sehr seltsam, dass sich diese Autopsien so stark voneinander unterscheiden. Wurden die einfach Fehler gemacht? Aber welche Autopsie kann man dann glauben? Wahrscheinlich doch eher der zweiten, weil sie von der dritten nochmal bestätigt worden ist. Wieso gibt es diesen eklatanten Unterschied? Frage 5. Warum fehlen die Organe und wieso wurde sein Körper mit Zeitungspapier gefüllt? Was ich gelesen habe, ist, dass dieses Vorgehen nicht normal, wenn man von einem Unfalltod ausgeht. Das heißt, dann werden weder die Organe entnommen oder aufgehoben und man wird auch nicht mit Zeitungspapier ausgefüllt. Normalerweise nimmt man dafür auch andere Materialien. Zeitungspapier ist anscheinend eher selten. Und gut, man hat es in dem Fall jetzt so gemacht. Aber vor allem das Thema mit den Organen ist schon seltsam. Sie wurden ja dann auch nicht aufgehoben, dass man sie nur hätte analysieren können, sondern sie sind dann einfach verschwunden gewesen. Ich will jetzt gar nicht so die ganzen Spekulationen Richtung Organhandel wieder antreiben. Das gibt es ja auch bei anderen Fällen schon. Gut, er war ein junger, trainierter Mann. Natürlich, da kommen bestimmt wieder diese Gerüchte auf. War es einfach ein Behördenversagen, dass man da einfach nicht gut mit umgegangen ist, das falsch kommuniziert hat. Aber es ist schon sehr seltsam. Es ist nicht stimmig mit der Theorie des Unfalltods. Frage 6. Warum war der Schuh auf dem Boden der Matte nicht mit Blut bedeckt? Das hatte ich ja auch beschrieben. Den Schuh, an den er auch ran wollte, der in der Matte versteckt war, einer der beiden Schuhe, lag dann am Boden der Matte in einer Blutlache. Das Blut konnte man sich ja so erklären, dass es dann aus seiner Nase und anderen Körperöffnungen auf dem Boden getropft ist. Das ist ganz normal, wenn man lange Kopf überhängt. Aber wieso war dann der Schuh am Boden der Matte nicht auch mit Blut bedeckt? Wieso nicht? Das hätte er doch ganz einfach auch auf den Schuh tropfen müssen. Oder zumindest ein bisschen was. Aber dann war gar nichts. Es war nur eine Blutlache herum. Um den Schuh herum. Das ist schon sehr seltsam. Und das nähert natürlich die Theorie, dass der Schuh anschließend dahin platziert worden ist. Von wem und wie auch immer, wie das überhaupt funktionieren konnte. Frage 7. Was hat es mit dem Blut in der Sporthalle auf sich? Das hatte ich ja auch gesagt, dass auch in anderen Räumen, jetzt nicht nur in der Sporthalle an sich, sondern auch in Nebenräumen Blut gefunden worden ist. Ich glaube, es war in einem Umkleideraum. Und das wurde auch analysiert und es wurde nicht festgestellt, dass es nicht Kendricks Blut ist. Da stelle ich mir aber die Frage, okay, ist es schon mal gut, wenn es nicht das Blut des Opfers ist? Das ist der erste Punkt. Aber von wem war dann das Blut? Man kann ja auch die Theorie haben, wenn es kein Unfall war, dass es vielleicht einen Kampf gegeben hat. Und dass dann die andere Person, die Kendrick angegriffen hat, vielleicht auch angefangen hat, durch den Kampf zu bluten. Vielleicht waren ja auch Waffen im Spiel, man weiß es ja nicht. Also es ist schon sehr komisch. Ich finde es schon sehr wichtig zu wissen, von wem das Blut ist. Und es ist schon ein großer Zufall, dass genau da Blut unbedingt war. Gut, es kann natürlich in der Sporthalle, im Sport immer mal was passieren. Ein Unfall, dass man einen Basketball gegen die Nase bekommt und dann anfängt, aus der Nase heftig zu bluten. Das kann immer mal passieren. Aber dass es nicht erklärt werden konnte, weil dann hätte man ja auch sagen können, okay, dass es im Sportunterricht passiert, bei der und der Person, des Blutes und dieser Person. Und dann kann man das ausschließen. Aber davon habe ich zumindest nichts gelesen. Das finde ich schon seltsam. Frage 8. Wieso lagen seine eigenen Schuhe, also nicht die Schuhe, die er herausholen wollte, in der Matte mit ihm? Kann man sich vielleicht so erklären, dass er, hatte ich ja gesagt, dass die Öffnung der Matte sowieso ziemlich eng war und er sich sowieso ein bisschen zusammenpressen musste, dass er hineingepasst hat und da haben seine Sneaker, seine Schuhe, die er anhatte, gestört. Dann hat er diese vielleicht ausgezogen. Aber wieso hat er sie nicht vor der Matte dann abgestellt? Hatte er sie vielleicht an, ist in die Matte hineingekrochen und ist dann stecken geblieben und konnte sich dann die Schuhe von den Füßen streifen und hat gedacht, er kann sie so vielleicht herauskicken und damit wieder herauskommen aus der Matte, hat es aber nicht geschafft. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann wieder die Theorie, dass sie hinterher hineingesteckt worden sind zu ihm und er auch vielleicht hinterher in die Matte gesteckt worden ist und wem auch immer. Kommen wir nun abschließend noch zu den Theorien in diesem Fall. Man kann, ich glaube, das ist keine Überraschung sagen, entweder war es ein Unfall oder ein Verbrechen. Die Unfalltheorie wurde ja schon ausgiebig jetzt behandelt, dass er einfach seine Schuhe herausholen wollte und dann stecken geblieben ist und erstickt ist, wenn man ihn erst zu spät gefunden hat. Das ist ja auch die Theorie der Behörden und deswegen wurde der Fall auch abgeschlossen. Es gibt aber auch einige andere Theorien beziehungsweise erhebliche Zweifel, nicht nur von seiner Familie, sondern auch hier auf YouTube oder in Podcasts. Und ein Teil der Zweifel hatte ich ja schon in den offenen Fragen beschrieben, beziehungsweise es sind schon einige Punkte dabei, die einen schon skeptisch machen können, finde ich. Gab es überhaupt Verdächtige in diesem Fall? Ja, es gab Verdächtige, und zwar ein Brüderpaar, das auch auf der Highschool zur Schule ging. Ein Bruder hatte sogar ein Problem mit Kendrick, und zwar ein sehr gewaltiges Problem, und zwar, dass seine Freundin ihn mit Kendrick betrogen hatte. Und das ist natürlich jetzt nichts Leichtes, dass man einfach einen kleinen Streit hat, das ist schon etwas Heftiges, finde ich. Und diese Person war natürlich, also dieser Bruder, war natürlich dann schon sehr sauer auf Kendrick, das kann man sich vorstellen. Die Brüder wollten auch lange keine Aussage machen, haben das dann aber später schon getan, und haben gesagt, sie sind unschuldig. Das ist natürlich, man konnte ihnen nichts nachweisen, man konnte sie zwar auch, was ich gesehen habe, auf Kameraaufnahmen sehen in der Schule, aber gut, es war halt auch ihre Schule, und an dem Tag war ein ganz normaler Schultag, also waren sie da auch unterwegs. Was es auch noch gab, eine andere Theorie, dass vielleicht, weil alles so komisch ist, auch mit den Kameraaufnahmen, dass man sofort von einem Unfalltod ausgegangen ist, dass man stümphaft bei den Ermittlungen teilweise vorgegangen ist, auch am Tatort, dass, da wurde auch die Theorie aufgeworfen, dass vielleicht ein Polizist selber oder jemand von der Behörde da involviert ist, und dass man diese Person deckt, und dass man diese Person natürlich auch gut decken kann, im Vergleich zu anderen Personen. Ja, das ist auch eine gewisse Art von Theorie. Was glaubt ihr? War es eher ein Unfall oder ein Verbrechen? Vielleicht kurz nochmal meine Meinung zu diesem Fall. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Bei vielen Fällen habe ich, hatte ich ja auch schon mehrmals erwähnt, eine Tendenz, was ich glaube, was passiert ist. In diesem Fall bin ich wirklich total, man kann wirklich schon sagen, bei 50-50. Auf der einen Seite kann es wirklich ein tragischer Unfall gewesen sein, nachdem er wirklich seine Schuhe häufiger in der Matte versteckt hat, und dass er hineingegrochen ist, und dann nicht mehr herausgekommen ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Und man sollte vielleicht auch nicht bei jedem Fall immer eine Verschwörung vermuten. Auf der anderen Seite spricht hier schon noch einiges für ein Verbrechen. Beziehungsweise gibt es so viele Zweifel auch in diesem Fall. Vor allem die Kameraaufnahmen sind wirklich sehr, sehr seltsam. Oder auch, dass er nicht um Hilfe gerufen hat. Dass er niemand gesehen hat, wie er dahin gegangen ist, dass er stecken geblieben ist, dass er niemand noch eher entdeckt hat und gefunden hat. Es ist schon dann noch dieses Brüderpaar mit dem Streit, mit dem einen Bruder. Es ist natürlich auch schon mal zumindest ein starkes Motiv, würde ich sagen, dass man zumindest der Person vielleicht nicht unbedingt das Beste wünscht. Mehr will ich dazu nicht sagen. Aber es ist, wie gesagt, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass ein Verbrechen geschehen ist. Also in diesem Fall bin ich wie in wenigen Fällen wirklich sehr, sehr ausgeglichen und hin- und hergerissen zwischen beiden möglichen Theorien. Aus diesem Grund bin ich noch mehr gespannt. Was glaubt ihr? Was ist passiert? Wieso ist Kendrick gestorben? Und wie könnt ihr euch die offenen Fragen beantworten? Ich möchte mich abschließend nochmal bei euch bedanken für die vielen Genesungswünsche, die ihr mir geschrieben habt. Es geht mir auch schon wieder deutlich besser. Mir geht es schon seit einigen Tagen wieder relativ gut. Ich konnte nur das Video nicht aufnehmen, weil meine Stimme, vielleicht hört man das auch immer noch ein bisschen angeschlagen ist. Und deswegen habe ich das Ganze ein bisschen nach hinten verzögert. Es wird auch wieder ein Video geben demnächst. Ich weiß nicht wann. Wie gesagt, wir sind immer noch in dieser kleinen Sommerpause, wo ich mir etwas mehr Zeit nehmen will für die Fälle und bin natürlich auch ein bisschen selbst unterwegs in Urlaub manchmal und habe andere Sachen zu tun. Deswegen seht es mir ein bisschen nach, wenn es jetzt nicht im regelmäßigen Zwei-Wochen-Rhythmus ein Video geben wird weiterhin. Aber ich kann auf jeden Fall verraten, im September wird auf jeden Fall noch ein Video kommen. Das kann ich schon sagen. Wann, weiß ich nicht. Eher in der zweiten Septemberhälfte. Aber ja, es wird ein Video bald kommen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, habt weiterhin eine gute Zeit, bleibt sicher und gesund und bis bald hier bei Krimi Puzzle. Ciao.